nein 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 fehlfunktion nein aber aber lasst mich moin moin und herzlich willkommen matze wieder hier und ich nehme euch heute mit auf eine kleine safari auf eine tiger safari und das ist ganz gut den ersten haben wir direkt nämlich hier unten rennt so kurz freundlich große hingerwand ich sehe nicht Ah, okay. Also. Das war's für heute. Das war's für heute. Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier durch? Umgefickt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist mir doch gedacht, dass da hinten rauskommt. Ich denke da hinten nur einer verprezelt. Da hat auch noch einer gekrackt. Fuck. Das war's für heute. Das war's für heute. So, der andere steht ein paar Meter weiter vorne. Und der andere steht hinten am Ausgang. Alle nicht ganz vor der Brücke. Ja, ihr wisst das ja. Wem erzähle ich das? Das war's für heute. Ich hab ihn doch nicht umgenutzt. Der Sniper ist nicht da. Willst du mich verkattern, sag mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, vielleicht der Sniper von oben? Nee, das sah aus, als wäre das von der Tange gekommen. Oh ja, Mini-Pist-Türchen. Da stand einer mit einer weißen Trainingsjacke. So, rot-weiß, so wisst ihr was ich meine. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Boah, wo geht es hier, du was? Nein. 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 Fehlfunk. Nein. Aua. Aua. Lasst mich. Alter. Boah. Okay, beim Puschen eine Mail-Funktion an. So einen Scheiß kann ich auch nicht bestrauchen. Boah. Ja, du Orcs, geht hier auch nicht. Oh, Alter, boah. Da hat mir die Body auch mal ins Leben gerettet. Oh, Alter. Woah! Das hört sich nicht gut an. Der Mann braucht ärztlichen Freistand. Das hört sich nicht gut an. Mach doch mal nicht so einen Lärm, Alter. Ich brauche mit ihm noch was zu trinken. Obatschki! Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Ey, sacke mal! Wollt ihr mich hier alle verarschen? Geld habe ich nicht mit. Dann müssen wir hoffen, dass vielleicht unten Smuggler-Boat offen ist. Das nehmen wir mal rein. Oh nein, warum tue ich das da rein? Jetzt kommt der nächste Spezialer-Kind. Da ist Wasser dabei. Du Unschuld. Ja! Ja! Da ist Wasser dabei. Du Unschuld. Zlamm. Natürlich nicht. Da ist ja nichts zu gebrauchen. Da geht sie dahin, die gute Munition. Ja. 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 Wie hast du es nochmal von ganz unten hochgeholt? Ich habe gerne noch was zu bringen dabei. Okay. Ja, erstmal was zu essen. Alter, was habe ich denn da? Secure Flash Drive. Ich gehe in den Arsch. Ich gehe ein. Ich muss raus. Na ja, cool ist es. Ich brauche ja. 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 Ich dachte, ich hätte geguckt. Wir müssen bei dem da oben aufpassen, glaube ich nicht, dass da mich so einen Keh wegmachen. Ich weiß nicht. Der Sniper macht mal einen. Ich weiß nicht, dass da oben aufpassen, dass da oben aufpassen ist. Ich weiß nicht, dass da oben aufpassen, dass da oben aufpassen ist. Wo ist der Hundesohn? Ich weiß nicht, dass da oben aufpassen ist. Ich weiß nicht, dass da oben aufpassen ist. Oh ja, geil. Ja, mal richtig geiler Rät. Passt alles. Aber was halten Sie denn aus, Junge? Und was stand da unten? Da stand noch nie einer. Oh ja, na fetzt doch. 6300 Punkte. Naja, nicht übel. Jusek wäre. Wieder ein Jusek unter die Räder gekommen, ohne dass ich es gemerkt habe. Bis zum nächsten Mal.